So, willkommen zurück bei unserem unglaublichen Lieblingsspiel Max und den Rest könnt ihr hier ablesen. Ich bin bewusst heute sehr aufregend und motiviert auf unser Lieblingsspiel hier, was wir eigentlich anmerken müssen, weil so ein schönes Spiel kennt man eigentlich nicht. Ich frage mich, der zeichnet hier gerade irgendein Geräusch auf im Hintergrund. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. So, ich fange mal an. Wir zocken hier einfach mal eine Runde von diesem Spiel. Wie kann man sich denn nochmal bücken? Ach, das müssen wir bestimmt so machen. Na? Nö. Sekunde. So. Schon eher. So, jetzt ist da der Weg frei nach unten. Sehr gut. Da geht der hoch. Hier geht der vordere hoch. Boah, wir sind echt so gut, ne? So. Oh, nö, da ist ein Laser, wie ich die Dinger hasse, ne? I hate him. Fuck, 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 er kommt wieder. Fuck. Mama, 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 mama. Oh, überlebt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier unten warten. So. Und einmal da hoch. So. So, dann haben wir den blöden Kackleider ausgetrickst. Der kann uns hier gar nicht. So. Erstmal so. Dann machen wir den los. Erzt und, ähm, dann können wir hier uns den holen. Den auch kurz. So. Machen wir uns hier eine Rampe drüber. Brauchen wir uns gar nicht anstrengen hier. Hier direkt auch. Oh. Das reicht ganz, ganz locker reicht das. Ja, fast. Aber immerhin kommt man noch hoch. So. Okay, was macht der Laser da? Ach, der ist da nur permanent. Äh, der ist da nur ab und zu. Okay. Oh, das war knapp. So, jetzt haben wir hier so ein komisches Ding, was nach oben fährt. Da mache ich mal gerade ein C drum. Denn Cs sind immer gut. So. Und dann backen wir uns nach oben. Nach oben backen ist auch immer sehr gut. So. Dann einmal da hoch. Ach, da kommt man gar nicht hin. Okay. Okay, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen im Prinzip irgendwas dagegen stemmen. Nee, sind nicht ganz. So schon eher. Ja. So. Alles mitnehmen. Ist die Frage, ob wir da runter können. Ja, runter schon. Aber ob wir wieder hochkommen, ist die Frage. Okay. Geht der auch mal aus? Und ich mache das hier nochmal neu. So. So. Scheiße. Gut, da müssen wir alles nochmal machen. Das ist sehr tragisch. Jetzt können wir aber dann die Kugel da unten mitnehmen. Die sehe ich gerade. Das erste Mal. Ist die Frage, wie wir da drankommen. Ähm. Ich warte mal gerade, bis der Laser vorbei ist. Ähm. Im Prinzip müsste das so schon ausreichen. Jep. So. Oh. Oh, scheiße. Okay, da habe ich jetzt, äh, nicht dran gedacht, dass der ja auch da hinten ist. Aber die Kugel haben wir jetzt, glaube ich, ne? Ja, die Kugel haben wir. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt können wir uns wieder hinten in die Ecke stellen. Plopp. Und zack. Da hoch. Oh, 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 oh. Scheiße. Jetzt müssen wir eine Runde warten. Dann da hoch. Die mitnehmen. Dann hier hoch. Den mitnehmen. Oh. Dann direkt da hoch, dann einmal da hoch, dann einmal hier hoch, dann einmal da hoch. Wenn man das nicht alles immer einzeln einzeichnet, dann spart man sich echt eine Menge Zeit. So, jetzt ist wieder die Frage mit dem Laser. Achso, okay, der dient wahrscheinlich als Levelgrenze oder sowas, weil der geht nur an, wenn wir auch in die Nähe nur, also wenn wir dran vorbei sind, so rum. So, dann brauchen wir jetzt hier nochmal einen Gegen-die-Wand-Drücker. So. Dankeschön. Kann man alles wieder mitnehmen. Dann hier einen U hinmachen. Ja, das reichte nicht. So. Ach, scheiße. Fuck. Ich habe ja vergessen, dass das dann runterfällt. Ja, gut, dann machen wir es nochmal. Dann gehen wir nächstes Mal halt nicht daher. So. Padum, padum, padum. Jetzt hopp, Laser. Hopp. Mal Hennel. Zack. Zack, 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 zack. So, jetzt müssen wir die Stunden lang warten hier. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Da wieder hoch, da wieder hoch. Hier sehe ich wieder schön. Ja, jetzt habe ich das ein bisschen blöd gemacht. Mach ich einfach mal so. Zack, geht ja auch. Dann da hoch. Die ganzen Kram eingesammelt. Dann da hoch. Hier kann man immer so cool einfach so eine Stufe reinmachen. Dann kommt man da viel besser hoch, wenn man so ein bisschen behindert gezeichnet hat. So wie ich das manchmal tue. Gelegentlich, selten, fast nie. Die Alternativen sind aber halt immer diese Treppen hier. So. Jetzt müssen wir auf den Knopf warten, dass er wieder runterkommt. Plopp. Tada. So. Jetzt wieder hier. Alles mitnehmen, wenn wir jetzt einfach rüber. Scheiß auf die Kugel oder was da unten auch immer ist. Dunk. So. Schön dran vorbeigesegelt. Zack, Tinte haben wir gar keine. So. Oh, hier liegt ein toter Roboter. Das ist natürlich sehr schön. So. Wie kommen wir denn hier jetzt runter? Äh, hier durch. Ach, guck mal da. Machen wir doch mal. Oh. Nee. Das ist wahr. Falsch. Ich muss so machen. Und so. Das von da drüben wiederholen. Dann hier hoch. Komm, da kommst du doch locker dran. Naja, egal. Kann ich auch einfach so machen. Zack. Und hier den Kram einsammeln. Palim, palim. Achso. Okay. Ähm. Sekunde, da muss ich jetzt ausdenken. So. Da muss aber nicht nur, kann ich nur, darf nicht nur der gedrückt werden. Sondern der muss ja auch noch gedrückt werden. Das heißt, hier muss ein Ding dran. Dann muss da quasi so ein. So. Ja, fast. Ja, funktioniert fast genauso, wie ich gedacht hatte. So, jetzt können wir die andere Tinte noch mitnehmen. Dann haben wir jetzt wieder richtig viel Tinte auf dem Füller. So. Ähm. Wie machen wir das? Ähm. Dann mach ich hier mal ein Dreieck hin. Und hier auch ein Dreieck. Denn ich bin Mitglied bei den Illuminaten. Ähm. Dann mach ich so. So. Und dann hier so ein. Ding dran. Geht das? Ja. So halb. Okay, der Plan funktioniert tatsächlich sogar zur Hälfte. Äh. Dann mach ich das einfach mal so, dass ich hier noch eine Grundplatte hinmache, wo ich die Dreiecke drauf mache. Und dann so. Ne, das darf nicht da dran. Darf auch nicht da dran. So. Und. So. Geht das so schon? Oh. Hä? Was war das denn jetzt? Vielen Dank.